PANTERA Hallo, hier haben wir eine Pantera von YT International aus Großbritannien. Es handelt sich hier um ein Jet aus der Sport-Trainerklasse. Er hat eine Länge von 2,2 Meter und eine Spannweite von 1760 Millimeter. Dieser wird jetzt angetrieben mit einer KingTec K100G mit 10 Kilo Schub und ist vorgesehen für Turbinen ab 8 Kilo. Es ist ein idealer Flieger für Graspisten, weil er eine sehr kurze Strecke braucht, um abzuheben und ebenfalls um zu landen. Wir haben Keropumpe, Hoppa-Tank, ECU, ein Lipo für das Elektrofahrwerk und Empfänger. Ein Tank von 2 Liter und eine Luftflasche für die Bremse. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020